Oh? Was könnte sich denn da dahinter befinden? Ist das ein geheimer Raum? Hä? Monter, der Timex hier. Ladies und Gentlemen, wir alle wohnen in einem Haus, in einer Wohnung, wo auch immer und denken, dass wir jeden Raum kennen. Aber seid ihr euch da wirklich zu 100% sicher? Hm. Hm. Denn wir gucken uns heute einen TikTok-Trend an, wo Leute durch ihr Haus gehen und auf einmal geisteskranke, riesige, geheime Räume finden. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da oben da, wir gehen direkt rein. Geheime Räume, meine Damen und Herren, schneidet euch an, Baby. Ich bin ready. Okay, Doki, wir sind... Ja, wir sind hier in irgendeinem... Was? Yo. Wow. Maschallah, sogar Kaminfeuer. Maschallah, er geht auf Nummer sicher, wenn Frau vorbeikommt. Baby, komm mal mit. Ich hab hier hinten einen Raum. Kaminfeuer. Baby, da hinten haben wir ein Kaminfeuer. Komm rein da. Ich schicke ihm jetzt ein Spannsbild. Er wird absolut jede bekommen. Er wird absolut jede bekommen. Oh, Baby, Alter, guckt euch das an, wie gestört das ist. Der hat da einfach so ein Holzding und kann dann da reingehen mit Lagerfeuerbett. Maschallah. Was ein Typ. Wir haben den Kleiderschrank. Mädchen öffnet den Kleiderschrank. Tut nein. Hä? 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 Was? Ja? Nein. 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 Du willst mir sagen, dieses Mädchen hat in ihrem Kleiderschrank hinten eine Wand, die sie wegdrücken kann. Und dann hat sie einen geheimen Fortnite-Zockerraum. Einen geheimen Fortnite-Zockerraum. Ey, ladies and gentlemen, es gibt einen Trick, wie ihr so einen Raum auch bekommt. Wisst ihr das? Es gibt einen Trick. Wisst ihr, wie der Trick klappt? Ich sag euch, wie ihr einen geheimen Raum einfach so in eurem Zimmer findet. Unter mir steht Abonnieren. Wenn dieses Abonnieren rot leuchtet, einmal draufklicken. BAM! Desam, eröffne dich. Ihr werdet einen Raum finden. Jeder, der diesen Kanal abonniert hat, wird heute noch einen geheimen Raum in seinem Zimmer finden. Und wer es nicht tut, ja, dem rutschen die Ärmel beim Händewaschen runter. Eww, dude! So, okay, wir gehen rein da. Sind jetzt in einem Stockbett oder sowas. Keine Ahnung, die zieht unten so einen Schrank, so eine Schublade aus. Und, yo, hat jetzt unten nochmal so ein extra kleines Bett gehabt. Krass, geil, 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 geil. So, wir gehen jetzt hier nach... No way. Was, der hat einen eigenen Partyraum oben auf dem Ding? Alter, wie cool ist denn das? Ey, ich will auch einen geheimen Raum, Leute. Bruder, er hat sogar Leinwand. PlayStation-Leinwand. Tschüss. Schlagschuh bei dir läuft, Bruni. Der geht jetzt... Okay, das sieht irgendwie creepy aus. Der geht in den Keller und... Äh... Hä? Digga, was ist das für eine... Da war eine eigene Bar... Da war ein Basketballplatz. Warte mal. Warte mal, warte mal. Hä? Da... Hä? War da ein Basketballplatz? Digga, okay, warte, also. Er geht die Treppen runter auf seinem Teppich, ist in irgendeinem komischen, verlassenen Horrorfilmkeller, läuft durch diesen Keller durch und ist jetzt auf einem Massagestuhl. Und jetzt, passt auf, das ist ein... Der hat einen eigenen Basketballplatz. Komm. Komm, eins gegen eins, Benni. Komm. Komm. Ah, Kopf angeschlagen. Ah nein, einfach ein Basketballplatz. Was sind das für Räume? Was sind das für Menschen? Man muss nicht alles verstehen im Leben. Okay, okay, was ist denn das jetzt? Wir haben Uno, okay. Hä? Der hat da so eine... Die haben alle so eine geheime Bettkamera. Das kommt echt falsch, ne? Jungs, Mädels, das... Ich will hier... Das kommt falsch. Hört auf. Stopp. Schon wieder so ein Bett. Alle haben das heimliche Bett. Was die da wohl? Hm. Hm, so ein Ding, ne? Hm. Ah ja. Lass mich raten, der nächste Clip, der kommt, ist wieder ein geheimes Bett. So. Sie drückt irgendeine Taste. Okay, sie geht in den Keller. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist kein eigenes Bett, sondern es ist der coolste Raum der Welt. So, äh, Sofa und Partyraum mit Fernseher und so. Und dann kann sie zumachen. So eine Falltür. Ich brauche sowas auch. Ich brauche sowas auch. So, das ist ein Buch. Man zieht das Buch raus. Jetzt kann man in diesen Babyraum reingehen. Und da steht einfach nichts drinnen. Wahnsinn, wie langweilig der ist. Haha. Wahnsinn. Der war ja mal komplett langweilig. Haha. Ich dachte, da kommt jetzt was Cooles. Der war so langweilig. Das ist wieder jemand hinterm Kleiderschrank. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ey, nein. Okay. Okay. Hinterm Kleiderschrank im Bett. Hinterm Kleiderschrank im Bett. Ja. Genau. Ja. Ja. Moinsens. Ja, Marki mein Name. Wisst ihr, ihr habt mir diese Videos geschickt. Ich hab gesagt, Marki, ey, guck dir doch mal an. Ist cool. Ist cool. Ich bin jetzt auch so ein Raummix da cool. Wo ist mein Geheimraum? Wo aktivier ich den? Hier. Hier. Hallo. Hallo. Aktivier ich den? Denn muss ich irgendein Ritual machen oder was, um den zu aktivieren, Brody? Es gibt Dinge, die wichtiger sind als eine Rolex. Ja. Zwei Rolex. Ja, äh, wer hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Oh, Baby, was ist denn das? Okay, sie hat Schlappen an den Glitzerschlappen. Das heißt nichts Gutes. Hier ist eine Wand. Eine Tür. Und in dieser Tür nochmal ein verstecktes Bett. Oh, hä? Hä? Äh, ich check das gar nicht. Digga, was ist denn das? Bruder, wie krank ist denn das? So, der geht jetzt in seinen Kleiderschrank rein. Wuschelt sich da durch. Hat jetzt eine Tür. Und nochmal ein geheimes Zimmer. Ich glaube, ich spinne. Was haben die alle für coole... Wie kann man so ein cooles Zuhause haben? Ist das so ein Ding, dass man in Amerika oder was weiß ich, wo die alle sind, einfach so sich einen extra Raum hinterm Kleiderschrank macht? Bro, wie cool ist denn das? Das ist der Kindheitsraum von jedem. Einfach durch den Kleiderschrank zu gehen und da einen Raum zu haben. So, da kann man das Bücherregal hin und her ziehen und dann... Ach, man kann da jetzt... Lol. Man kann da hochlaufen. Lol. Naja, ey. Markie.exe funktioniert nicht mehr. Okay, okay, Alter. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir haben... Oha! Einbauschränke. Das sind Bibis Einbauschränke. So ein Ding, Alter. Jetzt zieht ihr überall die ganzen Einbauschränke von Bibi raus. Ja, ja. Ich hab schon gesehen, ne? So ein Ding, Alter. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Als nächstes gehen wir jetzt hin. So you guys are all flexing these crazy rooms. You got to check this out. We got a bed. Okay, ihr flexed alle mit unseren Rollen. We got more beds, but check this out right here, boys. Okay. Come in here. Okay. Okay. Hey! 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 Hey, wieso machst du das? Guys. So you guys are all flexing these crazy rooms. You got to check this out. Er läuft da einfach durch sein Zimmer, macht da noch Öl. Guck zu, ich hab einen geheimen Raum. Dann krabbelt da einer rum, Alter. Was soll'n das? Come in here. Boom. Okay. Digga. Schüsch, Mann. Ich hab mich nicht erschrocken. Alles ne Illusion. Ich hab mich nicht erschrocken. So. Okay, was ist aber die? Aha. Ah, ein Weinkeller. Nicht schlecht. Schön. Super. Klasse. Ich glaub, das ist dieser TikTok-Sound von der Challenge, oder? Ja, es ist ein einleiteter Sound. Jetzt redet die Domi wieder. Ruhe! Ruhe! Nein, kein Movie Room. Pst! Oh, ne geime Küche. Was? Wie cool. Ey. Wenn jetzt wieder der Sound kommt. Everybody has that one thing in their house that everybody... Ried noch einmal, komm her! Ey, Alter. Schnauze! Willst du mich langsam komplett verarschen? Kein Movie Room. Lässt du mir nicht mal dieses kleine bisschen... Ried noch einmal, komm her! Willst du dich boxen? Willst du dich boxen? Komm her! Geil, Alter. Heftige Räume, wenn noch einmal diese... Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so... Nein, kein Cabinet, kein Movie Room. ...could be a hidden cabinet. Nein! Little Movie Room. Nein! Gadget. Nein! But ours... Is this. Kannst du jetzt bitte mal aufhören? Wenn im nächsten Clip das wiederkommt, ich bin raus. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Ah! Nein! Nein, so sehr, Ben. Ey, Ben, nein, 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 nein. Wenn diese eine... Wenn ihr mir noch einmal was von ihrem versteckten Cabinet und ihrem Movie Room erzählt, dann gibt's Rückhandstelle vom Feindsten, Alter. Willst du mich boxen? Die... Oh, Baby, bitte nicht. Oh, keine Stimme, sehr schön. So, wir haben keine Stimme mal. Sehr angenehm. Wir haben normale Musik. Gut, 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 gut. So, der öffnet. Hä? Ich hab gar nicht gesehen, was jetzt da geheim war. Keine Ahnung, was da geheim war. Nein! Ach, nö! It could be a hidden cabinet. A movie room. A little movie room. Gadget. But ours is this. Ich, ich, ne, ich, 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 ne. Ich geh da nicht mehr drauf ein. Ich geh da nicht mehr drauf ein. Ladies and gentlemen, ich würde an dieser Stelle sagen, ey, das waren die krassesten geheimen Räume, die wir heute gesehen haben. Wer hat sich gefeiert, lasst einen Daumen nach oben, danke. Kostlos abonnieren, nicht vergessen. Dann werdet ihr auch auf jeden Fall irgendwo den geheimen Raum finden. Munkelmann, ne? Und, ne, danke schön fürs Zuschauen. Könnt ihr jetzt gerne noch das letzte Video abchecken, hier einmal draufklicken. Unbedingt, denn da seht ihr, ladies and gentlemen, die gruseligsten Siren Head Videos in der gesamten Welt. Ich hab euch gewarnt. Wer sich traut, klickt jetzt da drauf.